Ich bin unterwegs und brauche mir einen Wahlführer von der Ecke, der hat sich seine Bauteilung für eine große Büroflugzeuge gekauft und hat das selber in der Garage zusammengebaut und dabei auch mit dem Dreh auf einem Köln Start und ist dann immer bei uns gefahren. Ich habe den Eindruck in der Flugleistung. Sieht original gar nicht, ich sehe die Kamera. Ich sage jetzt einmal die Probella, dass für alle verschieden ist. Sein Motorrad ist ein Motorrad. Und das sieht quasi als Schragblecke und hat selber keinen Angriff oder keinen Motorrad. Das ist nur der Vorsicht, der das Flugzeug verlinkt. Das ist für deine Planung. Sicher. Was hat sich noch die Möglichkeit, unsere Bahn anz anyonechen lassen, was ich da für dich sprechen? Oh, ja. Das ist voll знаю. Das ist 가운데 Mitarbeiter. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe den roten dich über einen confuseden D DWG-1, langsam geflogen werden und jetzt bitte sein, her zu uns, super, Applaus für uns.